Erstmal, lieber Uwe, hallo, guten Abend. Wie geht's dir denn heute? Was möchtest du heute mitteilen? Danke, mir geht es soweit ganz gut. Ich möchte mich erstmal für die Neuspender recht herzlich bedanken. Ganz besonders bei den einen Spender, der mir hier diesen Gutschein vom Blockhaus geschickt hat. Vielen Dank, Gutschein ist angekommen, ich werde ihn auch gut einsetzen. Und ich hoffe, dass noch viele weitere Spender und Interessen kommen werden, damit ich vielleicht doch meinen Traum erfüllen kann. Vielen Dank. Danke, Uwe.